Ein Anion Anion ist ein negativ geladenes Ion. Anionen entstehen aus Atomen bzw. Molekülen durch Elektronenaufnahme oder Abgabe von Wasserstoffionen H+. Anionen, B-Oxyd- oder Sulfid-Anionen können durch Kombination mit verschiedenen Kationen vielfältige Verbindungen bilden, so dass sich von den einzelnen Anionen jeweils ganze Verbindungsklassen ableiten. In diesem Beispiel die eine Vielzahl von Erzen und Gesteinen bildenden und daher in der Mineralogie und Metallurgie besonders wichtigen Oxide und Sulfide einteilen lassen. Der Begriff Sulfat hat also in diesem Zusammenhang zwei Aspekte. Er steht einmal für ein einzelnes Sulfation, zum anderen aber auch für die Verbindungsklasse der Sulfate. Zur qualitativen Identifikation von Anionen in Lösungen stehen in der Chemie Anionen Nachweise sowie moderne Laborgeräte und Methoden der instrumentellen Analytik zur Verfügung. Da fast jedes Atom oder Molekül unter geeigneten Bedingungen negativ geladen werden kann, gibt es sehr viele mögliche Anionen. In der nachfolgenden Liste sind daher nur Anionen aufgeführt, von denen sich wichtige Stoffklassen ableiten. Säurerestionen Säurerestionen bzw. Säurereste leiten sich von den jeweiligen Säuren ab. Nach folgendem Schema gibt eine Säure HNA-Protonen ab und es entsteht ein Säurerest an Minus. Dieses Schema beschreibt keine Reaktion in einer Lösung. Neben den vollständigte protonierten Ionen wie S2-, SO42- und CO32- werden in der Literatur auch unvollständigte protonierte Ionen wie HCO3- als Säurerest bezeichnet. Einfache Elementanionen Nach den Regeln der chemischen Nomenklatur endet der Name solcher Anionen, die sich vor allem in binären, H nur aus zwei Elementen bestehenden Verbindungen finden, auf Idee. Bei der Benennung dieser Verbindungen, B-Natriumchlorid, wird der kationische Teil dabei stets zuerst, der anionische Teil dagegen stets zuletzt genannt. Anionen der 7, Astatidet minus, Anionen der 6, Hauptgruppe Hydroxito minus, Oxytot 2 minus, Hydrogensulfid HS minus, Sulfid S2 minus, Disulfid S22 minus, Selenid C2 minus, Tellurid Te2 minus, Polonid Po2 minus. Anionen der 5, Hauptgruppe Nitrit N3 minus, Phosphid P3 minus, Arsenid A3 minus, Antimonides B3 minus, Bismutid B3 minus, Anionen der 4, Hauptgruppe KBC4 minus, Silizid C4 minus, Germanid G4 minus. Anionen der 3, Hauptgruppe Borid BX minus, Anionen der 1, Hauptgruppe Hydrit H minus, Alkalide, sonstige Elementanionen Zintelphasen, Aurid A minus. Von der zweiten Hauptgruppe sind keine stabilen Elementanionen bekannt, lediglich einige intermetallische Phasen mit elektropositiveren Metallen wie die Beryllide MX bei, komplexe Anionen. Nach den Regeln der chemischen Nomenklatur enden die Namen solcher Anionen i, d, r, auf it oder et, wobei zur Unterscheidung der verschiedenen Oxidationsstufen des Zentralatoms verschiedene Präfixe wie hypo oder p hinzukommen können. Eine weitere allerdings bei Anionen dieses Typs sehr unübliche Bezeichnungsweise ist die nach den Regeln der Komplexchemie, bei denen man Verbindungen mit sauerstoffhaltigen Molekül-Anionen als Oxo-Verbindungen bezeichnet und deren Sauerstoffatome wie freie Liganten behandelt, so dass Z, B, Sulfite als Trioxysulfate, Sulfate als Tetraoxysulfate USW, bezeichnet werden. 7. Hauptgruppe Hypochlorid ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-ClO-Cl 3- Periodatio 3- Periodatio 4- 6 Hauptgruppe Hydrogensulfid HSO3- Sulfid SO32- Hydrogensulfat HSO4- Sulfat SO42- Thiosulfat S2O32- Dithyanate S2O62- Peroxodisulfat S2O82- Selenitio 32- Selenatio 42- Tellurate O42- 5- Hauptgruppe Nitrit NO2- Nitrat NO3- Dihydrogenphosphat H2PO4- Hydrogenphosphat HPO42- Phosphat PO43- Asenat ASO43- Antimonat SBO43- 4- Hauptgruppe Hydrogencarbonat HCO3- Carbonat CO32- SilikatIO44- Germinet Stenate 3- Hauptgruppe Borat BO33- bzw. B4O72- Aluminate Nebengruppenchromat CRO42- Dichromat CR2O72- Molybdat MO42- Niobat, Tantalat, Permanganat MNO4- Perhinat, Renat, Technetat, Titanat, Wolframat, Zerkunat Die Regeln der chemischen Nomenklatur sind hier uneinheitlich Der Name mancher dieser Anionen endet wie bei Elementanionen auf ID Der Name anderer dagegen auf ID Cyanato-CN- Thiocyanat-SCN- Cyanid-CN- Amide NH2- Acid-N3- Halogencomplexity-Tracchloroluminat-ALCL4- Hexafluorosilikat-SIF-62- Hexachlorophosphat-PCL6- Hexafluoroasenat-ASF6- Organische Anionen Folgende Namen bezeichnen Anion und Salz der angegebenen Säure Acetat, Butyrat, Citrat, Formiat, Fumarat, Glutarat, Lactat, Malat, Malonat, Oxalat, Pyruvat, Tatrat Weitere Anionen Auch freie Elektronen können als Anionen fungieren Die entsprechenden Salze, die unter Verwendung entsprechend starker Komplexbildner kristallisiert werden können, werden als Elektrat bezeichnet Des Weiteren sind auch Superatomanionen bekannt Genre Kl claimant Insirs Insgesamt Insirts Insirts Vielen Dank.